Hey Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, am Wochenende war auf jeden Fall die Championship-Herausforderung und die habe ich natürlich auch auf meinem Level 1 Account gespielt und deswegen haben wir jetzt hier noch ein paar Megaboxen, die wir aufmachen können. Und dann würde ich sagen, Leute, probieren wir heute auf jeden Fall mal aus den Megaboxen einen neuen Brawler zu ziehen. Ja, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst euch jetzt schon mal einen Daumen nach oben dann. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren für mehr Brawl Stars-Content. Aber ich sage, reden wir gar nicht mehr länger drum rum, kommen wir direkt rüber in Brawl Stars. Okay, Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in Brawl Stars auf meinem DolchBot Account. Und wie ihr schon sehen könnt, wir haben jetzt 4.900 Star Points und das reicht tatsächlich, ja, für ein paar Megaboxen im Shop. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ab geht's hier rüber in den Shop und hier könnt ihr schon sehen, wir haben hier auf jeden Fall die Angebote. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit der einen Megabox. Ich hoffe mal, dass wir jetzt einen neuen Brawler ziehen. Bei uns fehlen ja immer noch 24 Brawler und da sind auch noch Brawler dabei. Die sind von der Wahrscheinlichkeit gar nicht so, ja, selten, dass man die bekommen könnte. Also, ja, ich denke mal so, so eine Pam oder so eine Bee, vielleicht auch ein Mod, das wäre auf jeden Fall drin. Okay, Leute, aber wie ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum rum. Gehen wir direkt rein in die erste Box. Bitte, bitte, bitte. Wir brauchen jetzt direkt 6 Verbleibende oder 7 Verbleibende. Wäre auf jeden Fall richtig heftig. Und, come on, was haben wir? Und? Oh, man, wir haben nur 5 Verbleibende. Egal, schauen wir mal, was wir hier bekommen. Powerpoints können wir doch eigentlich nicht verwenden, weil wir auf dem Level 1 Account sind. Das heißt, wir dürfen hier auf jeden Fall nichts upgraden. F auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir hier auf jeden Fall nochmal 2 Megabox. Und gehen wir direkt rein in die nächste. Komm bitte, jetzt aber und? Oh, man, wieder nur 5 Verbleibende. Das gibt es doch nicht. Oh, rip. Okay, Leute, dann skippen wir die auch wieder durch. Okay, und dann kommen wir auch schon zur dritten Megabox, meine Freunde. Bitte, bitte, sei jetzt was Heftiges. Bitte. Bitte, Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir können nur was ziehen, wenn jeder von euch jetzt ein Liked alles. Bitte, Leute. So, come on. Und, was haben wir? Bitte, und? Wir haben wieder nur 5 Verbleibende. F auf jeden Fall, Leute. Oh, man, wir können mit den Powerpunkten auch gar nichts anfangen. Oh, rip. Ich habe hier im Brawl Pass noch 2 Boxen. Ich würde sagen, die machen wir dann auf jeden Fall noch auf. Vielleicht ziehen wir da noch was. Komm on, bitte, und? 96 Münzen ist zu viel. Da ziehen wir auf jeden Fall auch nichts mehr, leider. Oh, man. Und dann haben wir hier noch eine Publique Box. Die Publique Boxen haben uns eigentlich noch nie enttäuscht. Komm on, bitte, und? Was haben wir? Auch nichts. Oh, man. Nee, Leute, ich weiß auch nicht. Da haben wir noch eine. Come on. Gönnen wir uns die hier noch. Und vielleicht hier noch was. Und? Ey, das gibt es doch nicht, Leute. Rip. Oh, man. F auf jeden Fall, Leute. Wir haben nichts gezogen. Okay, Leute, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich weiß, das Video war sehr, sehr kurz, aber, ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst du nicht diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Ich spiele nicht so viel Brawl Stars. Haut rein. Und tschüss, meine Freunde. Das ist ein Fakt, yo. Und wenn du denkst, ich bin runnin', du kannst zurücklaufen. Yo, du kannst zurücklaufen. Du kennst, ich bin runter. Alles, was du willst, habe ich bereits getan. Und ich habe dein kleine Böge, sagst du sie lief mir. Ich habe das, 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 das. Das wird ein langes Mal. Ja. Du nackst.